Nicht direkt eine Close-Range-Waffe finde, für ein Engagement und dabei sterbe, dann mache ich das Spiel sofort wieder aus. Also ich habe einen, der ist schon wieder sauer auf mich. Ja, ist ja auch schon ein hinter mir. Moin Kai, grüß dich. Da draußen, der hat richtig Bock, ey. Der hat richtig Bock. Dustin, dir geht es nicht so gut. Oh, ich hatte Waffe! Ich denke, ich wollte den doch klauen gerade. Hier liegt noch eine. Hier, nimm die Mako. Ja, ist gut, ich habe ein Ding. Ah, du hast ein Ding, ja, das ist natürlich super. Ich will hier jetzt auch nicht hochgucken. Ich sehe es noch gar nicht ein, da er ist hochzugucken. Oh Gott, das war gar keine Endset. Sind wir oben noch ein Gegner? Ne, ne, ich war auch gerade weggeschossen. Ey, wenn man am Anfang oben auf dem Dach lande, direkt eine Schöne auf mich findet, ey, der kommt so aus der Luft biegen, ne? Ey, wir sind doch raus, Gegner! Ich gehe mal vor. Mach das mal. Ja, da ist die Tür offen, was er hier unten. Sieht es auf dem Rondell aus? Da sehe ich jetzt nichts. Dann deutlich auch nichts. Das Rondell ist noch komplett ungelootet. Wo sind denn die Gegner dann? Ja, hier, bei mir, bei mir hier. Draußen. Und hier drin? Ja. Einer raus. Hier oben. Wo ist der letzte? Also, ich habe zwei gescheppert. Ich habe einen gescheppert. Aber es war kein Team neu. Eine Re-Di-Fold. Oh, das war zwei Teams. Und hier bei? Wir haben zwei Stück vor mir. Vor mir. Vor mir, vor mir, vor mir vor mir vor Team. Vor mir vor Team. Einer Knock. Hier war noch nicht bad. Und die kommen hier unten rein? Ja, ich habe 28 Schuss mit der MP. Einer Shield-Break. Aber nicht runter, nicht runter. Ich weiß, wie viele das sind. Nein, 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 nein. Einer hinten an noch. Ich spiele alle den gleichen Skin. Pass auf. Ich gehe da runter. Einer snipe. Der kommt von hinten. Okay, das hat sich vorher wissen müssen. Einer hatte ich down unten. Alter, du warst ja gerade so einen Flügelshoot, Leder. Schält dich fest. Wie habt ihr da rausgenommen? Nein, einer ist komplett raus. Einer war Knock. Wenigstens habe ich den Gunfight nicht verloren, sondern wurde von hinten geholt. Das geht noch. Hey, Robert, grüß dich. Moin, Michael. Du bist bereit, Herr Tassel. Du bist bereit, Herr Tassel. Du bist bereit, Herr Tassel. Gestern haben wir im Turnier abgeschnitten. 9. Sind wir geworden. Echt nice. Hat Spaß gemacht. Also sehr viel Hitze auch drin. Also du kannst dich schon mal auf den Regain gefasst machen. Den Gunfight werde ich hier nicht gewinnen. Kann ich Nonnie landen? Ja, die sind auf der anderen Seite. Den Kuss. Also ich packe mir gleich auf jeden Fall die Gruppe wieder raus. Die bei mir hier sind weg, aber rechts von uns an den Häusern war noch was. Ja ich weiß, ich weiß, ich habe die auch gesehen. Rechts an dem Haus waren auch welche. Hier oben ist auch was. Hier, Full Team. Auf dem Haus drauf. Trotz hier habe ich eine. Enemy Dropping. Ich sehe nicht wo. Ich gucke am Lodi schon. Ich sehe da keinen. Wir bleiben halt drüben. Und noch unten, links. Ja, das war ein tolles Reimantimatin. Ich sehe da keinen Moven. Wir werden wahrscheinlich auch gleich wieder aufs Dach gehen, so wie es ist. Vorrederschieben müssen wir einen rausnehmen, Martin. Ja. Ich gehe links. Ja, ein. Einer. Ein. Eine Kugel. Ja. Einer. Gehreit? Egal. Wo? Von rüben? Oben, 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 oben. Hey Jakob, mein lieber. Vielen Dank. Hey Jakob, danke. Jakob. Danke Bruder. Jakob! Jakob, mit Landkasse 2! Die wieder rüber, Martin. Ja, können wir machen. Wir haben ein Ding ist auch drin, hinten rechts. Ey, vor dir! Sehr wichtig. Ich gucke oben aktuell, sehe nichts. Bei dir hinten ist noch was, rechts auf deiner Seite. Ja, einer ist jetzt in das andere Gebäude rechts gegangen. Ich gehe gerade nach oben. Unter mir. Direkt unter dir, ja? Auf der anderen Seite ebenfalls einer ganz hinten durch. Wir können jetzt rebind. Hinter uns noch, Martin. Ja. Ich brauche Plates. Oben drauf ist einer, Martin. Oben drauf. Ja. Und einer ist unten lang schon. Richtung Parkplatz war der. Der läuft auch nach hinten weg. Das ist ein Pull-Team, Martin. Pass auf. Ja. Ich gehe nach hinten weg, ne? Rechts auch noch. Rechts auch noch. Bei dir ist auch noch weg. Meine Güte, was für Nervensegen. Der rechts war hier Open Field. Ja, ja. Wird hinterm Stein sein wahrscheinlich. Ja, gehe ich davon aus. No visuals. Dänder sind hier vorne. Dänder sind weiter rechts, Martin. Hier ist einer gestorben bei mir. Das sind zwei gewesen da auf Mark. Einer ist eine Kugel. Dann gehe ich jetzt vor. Ich gehe weiter vor, Bruder. Ja. Du mir eine Sekunde, wenn du noch halten kannst. Alles gut, alles gut. Hauen die ab, oder was? Ja, und die? Ach, Junge, wie lang. Was sind das für Leute? Die schimmeln da alle nur rum, Bruder. Wirklich? Echt? Jeder ist nur am warten, nur am gucken. Sie sind ja schon auf der Bei. Einen habe ich gedownt, aber... Kann man denn so defensiv jeder spielen? Also wirklich nur Positionen halten? Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Hey, Moin Melanie. Grüß dich noch. Der ist Rebula. Mario. Alex. Was geht ab? Die schimmeln es komplett. Ich sag dir, wie ist das? Lauf komplett außenrum. Oh, wir nehmen die Sipp an, ja. Die waren aber nicht gut, ne? Also ich könnte euch dann auch reinbeinen. Nee, waren die auch nicht. Also hier ist ein Shop, wo du reinbeinen kannst bei den Lotzi, ne? Also das war ja wirklich die anstrengendste Runde, die ich seit... Also, dass die immer noch von da hinten kommen, ne? Ja. Wo kommen die her? Was machen die? Die ganzen Tag da in der Zone? Wollen die nur die Leute halten, oder was? Also... Ich hatte die da oben... Ich hatte die da oben, äh... Ich glaube, drei- oder viermal Schildbroke, ne? Jo, ist so Steven. Die haben das einfach gut... Die haben das einfach gut... 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 Gut defensiv gespielt. Die haben es halt einfach so defensiv gespielt, weißt du? Die haben sich einfach nur ein bisschen bewegt in die Zone und dann Zone abgeaimt. Aber die saßen auch schon die ganze Zeit auf dem Gebäude. Habt ihr eigentlich die gesehen, die mich gescheppert haben auf der Straße? Habt ihr die gesehen hinten? Ne. Also der einen nur. Gerade, ne? Du meinst du, wo du an die Seb wolltest? Ja. Den habe ich nicht gesehen, den den nur erster geschossen hat. Also wirklich... Du siehst, äh... Sowas, wie würde die auf... Äh... Verdammt? Nicht passieren. Da ist halt einfach alles in der Betonfarbe. Und da fällt halt ein Skin auf. Ja, weiß jetzt nicht. Also, äh... Ich bin bei, die Visibility of Caldera ist shit. Arsenal geht eigentlich noch. Aber die kamen ja hinten vom grünen und ich habe die nicht gesehen. Ach, Sau. Ja, ne. Also... Weiß ich nicht. Äh... Die sollten dann Caldera einfach noch grauer machen. Die haben es ja schon so viel grauer gemacht, ne? Die haben ja auch die Skybox und Dark gemacht. Ich brauche einfach... Äh... Ne Balkon... Äh... Balkon, Junge. Der braucht Balkon, der Typ, Junge. Einmal die Wohnung unterschrieben. Jetzt denkt er nur noch ein Balkon, Junge. Schön ab in die Ferien. Ich brauche einfach... Ne Dings hier. Ne Betonmap. Das reicht mir schon. Ne Balkonmap. Hahaha. Hahaha. Ja, aber bin ich ein bisschen bei dir. Also das ganze Grüne, das ist so anstrengend. Und guck mal, wenn du selbst hier jetzt in den Minen stehst, ne? Ist so schwierig, jemanden zu kennen. Überall hast du tausend verschiedene Dinge, die alle eine andere Farbe haben. Weißt du? Jaja, das... Alter, weiß ich nicht. Ich bin da bei dir. Also... So eine Balkonmap würde ich auch ein bisschen mehr fehlen. Was ist jetzt mit der Koopa? Boah, die hat mich gerade richtig genervt. Die Shots sind nicht angekommen da, wo ich nur... Das waren Shots auf 100 Meter oder sowas. Also das hat mich ja richtig genervt. Ja, komm, Factory sehe ich mich eher. Du bist so still. Was ist los? Das ist eingeschickt heute, glaube ich. Äh, laufen die Runden nicht oder was? Nee, doch, ey. Also die waren... Okay eigentlich. Der hat eine Runde jetzt, glaube ich. Okay. Also die Koopa hat eine gute Time to kill, Sebastian. Aber... Wolle Velocity ist komplett Arsch. Hat eigentlich mal einer von euch Doppel-AR-Meter ausprobiert? Hier, Koopa auf Close und... Und set auf Long? Ah, A540 habe ich auch vergessen, also habe ich ausprobiert, das Schmutz. Weil du ständig leer bist? Nee, weil ich da teilweise so viele Kugeln in die Gegner reinjagen muss. Also die Time to kill kann gefühlt gar nicht krass werden, als ne Typ oder so. Oder als ne Makro. Äh, Gegner hier vor mir? Ja? Ja, rechts vor mir. Das war echt das Glas. Okay. Bei mir Close. Über mir. Beim Zug. Full Team vor mir. Über mir auch, ne? Bei euch. Er geht auf die Zip. Auf die Zip. Auf die Zip. Hat der sich weggesippt? Weiß ich nicht. Einer ist hier gerest worden. Komm hier. Und oben drauf. Stuttgart. Zwei. Hinter dir, Martin. Einer hatte wieder down. Einen finish. Einen down. Einfach an den Zug gucken. Hier hinten ist der gewesen. Hier hinten. Street Brake. Keine Platten. Keine Platten. Keine Platten. Keine Platten. Ja. Einfach an den Zug gucken. Aber über mir war trotzdem noch was, ne? Über dir? Ja, ja. Ich habe da hundertprozentig was steppen gehört. Mann, ich guck gleich. Haben ne Bunker-Karte auf jeden Fall. Oh, ganz top, top, oder was? Ja. Ich sehe jetzt hier ganz schnell niemand mehr abmachen. Ja, lass mal Bunker hier vorne nehmen. Tausendprozentig. Ja. Geh mal, hier. Ja. 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 Gehen wir schon mal ins Lodi? Ich gehe auch. Zwei Stück. Oh, das ist ja frech. Drei Stück. Alles unter mir, hä? Das kann ja nicht der Loadoff sein. sie haben habe ich mir mindestens ein bisschen geschossen habe ich auch Okay, ja wohl. Na, Geld, Martin? Also, was sollen denn die ganzen Gegner hier sein? Ich raff's nicht. Lerga, ist das so klar, dass... Was passiert? Er ist am Lowlot gelandet. Ich wusste nicht, wo er gelandet ist und er kommt halt am Zaun raus. Hinter uns wurde gerestet. Das war wirklich nett, ne? Ich hab einfach 7% Paketverlust. Wo hast du denn geholt? Hier unten. Da hat mir einfach eine Tasche mitgebracht. Und eine goldene Gazi. Aber ich denke mal, die Gazi war von dir, ne? Aber da liegt noch eine Tasche und zwar, ne? Ja, Tasche auch. Ja, hier unten werden ja sicher noch welche liegen, oder? Ja, ja, da unten sind noch Taschen. Hier oben liegt noch ein Taster. Da? Ich weiß ja, warum sich das so komisch eingeführt hat. Und recht gut gerestet. Hier ist noch eine Tasche, Flo oder Lozzi. Ich hab, danke. Ah, die ist gerade, die spawns. Du unten links guckst mal hin, dann siehst du, dass wir alle platten Taschen haben. Ein weiser Mann sagt mir mal, siehst du doch unten links die Platten. Ja, wenn du irgendwas brauchst, ne? Lozzi, so Munition oder so, sag mal Bescheid schon an der Muni Box für uns. Da müssen wir aber kurz mit dem Auto vorm Flo wegfahren. Ja, aber ganz schnell weg hier. Ja, aber ganz schnell weg hier. War in, äh, Dingens noch was? Ja. Also hier ist ja gar nichts bei mir. Also wirklich. Sind die alle? Ja. 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 Ja, das schenk ich dir, Lozi. Ja! Ja, echt. Ja, ich bekomme noch mehr. Ja, ich bekomme die Koll querer. es ist trotzdem gescheppert okay er hat eine tommy gun weil das fahrzeug da ist dings ne so ein fragezeichen ich gehe jetzt auch nicht noch mal rein ihr könnt hier noch mal einen huey holen das hier ist jetzt hier auf close mit dem himm freierbild geht richtig cool das glaube ich das sollte ich auch mal testen also wo sind denn die ganzen leute ich raff es nicht ich lauf feature drüber anyone mitkommen ja den latschen mit dem spielbus ja 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 mach mal da na oben drauf Ja. Also wirklich, dass er mich holt, er hat nichts mehr. Gerne geschehen. Hit Registration auch wieder nicht vorhanden bei mir. Von oben noch. Von oben hab ich beruhlt. One Shot unten drinnen. Ich gehe. Ich komm mit, schau der dir an. Mach. Du hast recht. Du bist alleine. Heli hinter mir. Drei Leute schießen auf mich und die gönnen nicht mehr zusammen. Ja, alleine was ist. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Fight your way out of this or capture the objective. Digga, war ich gestunt, weil ich mit einer Granate abgeworfen worden bin. Guck's dir an. Ich war gestunt deswegen. Hä? Seit wann ist man denn gestunt, wenn man von einer Granate abgeworfen wird? Blasch, Digga. Was ist bei mir? Ich komm mal hier nicht drüber nach Cash. Wahnsinn. War der oben drauf, den du geholt hast? Kann ich dir noch, äh, kann ich dir noch sein Stuff haben. Der war bei mir? Ne, ne, ne. Kannst du bei mir jetzt da holen? Den mein ich. Der war oben drauf. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Offen, offen viel. Und links von dir sind auch welche. Innen drin oder oben drauf? Äh, der oberes Fenster hat er mich gekillt. So, eben hier landet. Ach, das ist der Lotchi da. Der Lotchi, bei dir ist definitiv was unten drin, ne? Meister, ja. Ja, ja. Tief break. Durchstück. Oh, das sind sogar meine Waffen, die der mir gebracht hat. Nice, danke. Ja, nice. Enemy soldier. Enemy soldier. Ey, bei euch stopp, was? Obendrauf? Ja. Chill break, eine drüben. Es ist halt nicht so unter mir, dieser eine, ob der jetzt weg ist. Ey, ihr droppt noch was rein. Perfekt, ey. Perfekt, ey. Er geht natürlich so hinterm Berg runter. Es ist keine Vision mehr. Ja. Oh, das ist gut. Wie lange läuft eigentlich dieser Kackauftrag noch? Lass mal hier den mitnehmen. Das ist ja ne Überraschung, dass da jemand drin stemmelt. Ja, das ist wahrscheinlich der, den ich gerade aus der Luft passen gescheppert habe. Die haben auch unten gerestet. Vorhin, Mick. Früher war sogar eliminiert, wenn man getroffen wurde. Echt? Die scheinen unten zu sein, oder? Auf den Rest. Ja, unten liegen auf jeden Fall liegen. Oh, Mick. Auf den Rest. Ja, laufen wir auch weiter. Was hast du gesagt? Ohne, bist du auf den Rest. Achso. Dann gehst du nicht auf den Rest. Hinter mir, Martin. Echt, dein Ernst. Ich geh auf den Rest. Noch einer. Also, ich lock hier rum, Alter. Ich hör nichts. Lass mal Drohne holen. Flo, ich leg dir Geld. Oder leg du mir Geld. Wen ich letzte Runde einfach geholt habe, Martin. Wen? Einfach Stylas von Solos. Dann hab ich den Gegner gepusht. Der hatte einfach ne Claymore aufgestellt. Und ich hatte dieses Perk gefunden auf dem Boden. Und hab ich den einfach mal gehackt. So, just for fun. Ja. Und dann Stylas echt in das Ding reingelaufen. Ja. Also, Luchte Claymore weiß ich nicht. Hat er gesagt. Oder sowas. Ich lass mal kurz die gelbe Karte holen. Von hinten kommt auch noch was rein. Mal rot. Ja, da ist One-Shot hier unten. So mehr. Hallo. Wichtig. Wichtig. Woher kommt's. Da hinten noch mehr. Ja. Drei Stück. Full Team. Lauf über links. Ja, ein Drop ist raus. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Gerne doch. Genau. Ja. Schießen glaube ich mit Docs. Da hinten. Gerne noch mehr. Ah... Wahrscheinlich noch mehr. Ein Leifang zu ihm. Einer Leifang zu ihm. Ein Leifang zu ihm. Direkt vor mir. Unterm Stein. Von wem hast du den Snipe bekommen? Weiter rechts, hier. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Ich bin zwar safe hinter dem Baum, aber die werden hier drauf. Ich komme jetzt mit dem Flieger, Jungs. Ich raffe immer noch nicht, wo die sind. Schreib das mal. Auf gelb, auf gelb, auf den Start. Wie viele sind das? Wie viele sind das? Einen habe ich down. Einer Snipe von ganz hinten durch. Die, die close sind, da hatte ich einen down. Die kommen jetzt? Die sind wirklich nicht gut. Ach, warum challenge ich den ohne Platten, Mann? Ich hatte beide noch, also einen noch. Jungs, was der für einen Aim-Log auf meinen Kopf hat, ne? Das ist geisteskrank. Hey albern, grüß dich. Ich habe es nicht gerafft, wo die sind, Lotzi. Wirklich, ich habe da fünfmal hingeguckt, wo du markiert hast. Da habe ich fünfmal hingeguckt. Da war keiner. Dann laufe ich hoch zu dir. Dann sagst du, komm nicht, komm nicht, die sind da noch. Gucke ich dahin. Steht der da? Hä? Stefan, grüß dich. Moin Max. Ja, die haben halt auch diesen Stein gespielt die ganze Zeit. Demi, grüß dich. Demi, grüß dich. Sag mal. Ich hätte da einfach aufs Dach gesollt und nicht einfach vor. Ich hatte einfach keinen Plan, wo die sind. Seht ihr die Herzen hier? Nee. Nee, nur auf dem Boden. Ja, auch nicht. Da sehe ich auf dem Boden. Okay. Hey Roland, grüß dich. Moin. Was geht ab? Mia, meine Liebe. Ich hoffe, die geht's gut. Was ist, was ist, was ist, was ist. Also wie ist der nicht tot? Also wie ist der nicht tot? Schon beim ersten Mal? Ja, ich weiß auch nicht. Meint hier unten im Bunker war was drinnen an Gegnern? Zwecks Bunkeröffnung. Geh da rein. Da ist doch... Da ist doch noch der Loot von rein, maybe. Das ist natürlich stark. Wir fehlen auch noch 400. Für den ersten Rest. Nimm die anderen Waffen mal auf und leg die wieder ab, als du jemand holen kannst. Oh, ich reiche, Audi. Dann runter mit dir. Ja. Ah, nice. Du am besten mal oben. Danke dir. Ach scheiße. Warum mal ne Kickard führen? Ich hab ne Kickard. Du hast eine. Ja, du hast die auch genommen. Bleib du am besten oben, Martin, ne? Dass wir jetzt hier nicht weggeschimmelt werden. Hast du die Beine gebrochen? Ich leg dir mal oben 2-1 hin, Martin. Hier ist ja Kisten-Repeer gewesen. Vielleicht ist bei dir oben auch noch was. Hier liegt Geld. 2-1. Moving. Findest du schon mal ein Bein? Hm. Wenn du noch was findest. Wir müssen ja irgendwo noch Kisten legen, aber ich hör die, aber ich find sie nicht. Ähm, ich komm jetzt hoch. Geh du runter, looten. Hier sind noch Kisten unten. Ja. Geh mir mal dein Geld, geh mir mal dein Geld. Ja, liegt. Wir holen uns hier einen Lodi, ne? Ja. Vielen Dank. Es liegt noch ein Cell. Wir werden schon abgaben, wir werden schon abgaben, Boys. Ich mach die Drohne an. Seht ihr die oben? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tension. Ja, ja. Seht ihr von hinten, oder was? So, dass die hier oben ist, ein bisschen suboptimal, geb ich zu. Ich seh, ich seh, ich seh die nicht mal. Knock, 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 knock. Auf grün. Das sind 4, das sind 4, pass auf. Von hinten kommen auch noch 2, ich halte die von hinten. Hast du Platten? Ja, ich hab andere. Martin, kannst du aber auch das Licht geben im Wii Box? Hallo. Hallo. Ja, ja, kann ich. Plotzi, aus Platten. Ohne Plattenbox. Ja. Ja, jetzt hätte ich hier Platten droppen können ich, Idiot. Also ich muss, äh. Wir können ja noch. Die Plattenbox liegt. Plattenbox liegt. Einer ist shipwreckt, der hinterm Stein ist shipwreckt. Na, ich komm da jetzt nicht raus. Ich halte hier unten für euch. Na, den auf dem Stein. Einer ist schon nach rechts weggekommen, aber. Ja, ja, ich weiß. Also wenn ich den Kill jetzt nicht bekomme, weiß ich auch nicht. Für die Plattenbox. Ich stopp die auch direkt. Ja. Wie lange will der denn da chillen, Bruder? Wo ist die Plattenbox? Unten oder oben? Unten, 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 unten. Ich seh ihn nicht mehr. Der eine muss noch aus dem Gas kommen, ne? Sag ich, wie ist das? Ähm. Einer ist links runter. Einer ist links runter, Martin. Hier unten bei den Zeltnester. Pass auf. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Die Muni-Box brauche ich demnächst. Ich gehe komplett runter, boys. Ja, same. Vor uns am Shop wurde gerestet. Maybe war das der von oben. Der eine Kugel, eine Kugel. Das ist Schlangenklöck. Der kann da drin bleiben. Soll ich Muni-Box droppen oder was? Ja, mach mal. Ja. Ja, noch. Wollen wir rechts oben lang machen, Jungs? Ey, hier landet einer bei mir. Das war der Rest von hinten durch. Ja. Ja. Das war der Rest von hinten durch. Hier war der Rest. Hier war der Rest. A One-Shot. Ist er stark, Spieler? Ah, nein. Er ist da. Der letzte. Der Dave. Der ist nicht schlecht, der Bruder. Jungs, weiß ich jetzt nicht. Hat's Martin nochmal spannend gemacht, sagst du? Geh, 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 geh. Ich will den Tod nochmal mit, ne? Also der hat mich gut gesheppert. Der war nicht schlecht, wirklich. Ich hab ihn von nichts gekommen. Ja, der hat mich vorhin auch aus dem... Der hinten von News rausgeholt. Der ja auf dem Haus. Also ich hätte... Wär ich an seiner Stelle gewesen, also ich hätte mich da nicht rausgebeamt aus dem Hitlip, in dem ich da sonst stand. Hat der mich gebeamt, Junge. Als wenn der ein Aimlock kam. Hey, Tobi, vielen Dank für den Raid, Brother. Kurz geht raus an alle Leute vom Tobi, vom LPG Ostharts, die rübergekommen sind. Ja, heftig. Willkommen zu dem Stream. GGs. Ich hab gedacht, den hole ich easy. Aber hab ich ja auch, ne? Ganz ehrlich. Ja, kein Problem. GGs. Okay, it's smoking time. Bis gleich. Bis gleich. Wollte noch nicht einen einzigen Ständer halten. Ich schick mir mal die Daumen drücken, dass Dienstag alles mit der Wohnung klappt, ey. Wieso? Dienstag? Ja, Dienstag ist... Treffe ich mich mit dem guten Herrn und dann hoffentlich gleich Mietvertrag unterschreiben und alles Ding festmachen. Dann gebe ich Dienstag gleich oder Mittwoch die Kündigung ab von meiner jetzigen Wohnung. Was hast du für eine Kündigungsfrist? Drei Monate. Drei Monate? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Weiß ich ja nicht. Drei Monate, Alter. Wie ist das denn bei euch? Ja, kommt auf den Vermieter an, aber also normalerweise einen Monat hier. Einen Monat? Krass. Finden wir in London einen Monat. Also ein Kollege von mir hat dann ein Jahr lang eine Wohnung gesucht. Ja, okay. Also... Mit Vitamin B hat er das Ding bekommen, ne? Also schwierig, ne? Also wenn du in London umziehen willst, dann findest du morgen eine Wohnung. Echt? Ja. Hundertprozentig. Du weißt gar nicht, wie viele Wohnungen hier jeden Tag drüber gehen, Alter. Das ist so heftig. Wir sind ja jetzt des Öfteren schon in London umgezogen, ne? Wenn du hier dich für irgendeinen Newsletter anmeldest, ne? Du kannst dann in deinem Newsletter, äh, deinen Newsletter personalisieren von diversen Firmen. Dann sagst du, ich möchte so und so viel ausgeben und so viel Zimmer möchte ich haben. Alter, dann bombardieren die dich. Da kriegst du bestimmt jeden Tag eine E-Mail mit 50 neuen, äh, neuen Wohnungen drauf. So ungefähr. Das ist ja krass. Also du musst dich natürlich dann auch besichtigen und natürlich der Prozess dauert auch nochmal, bis der, bis du die hast vom Vermieter und so, die ganzen Dokumente und so. Aber, äh, wenn's, wenn's wirklich drauf ankommt und der Vermieter schnell ist, dann kannst du die wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen haben. Mh. Aber das macht ja keiner, weißt du? Äh, ne. Das macht keiner. Aber ich bin froh, dass das jetzt nach einem Jahr oder einem halben Jahr, wie lange ich jetzt also wirklich richtig gesucht habe, ich glaube ich seit einem halben Jahr, aber ich hatte schon seit einem Jahr oder so die Vorstellung auf eine neue Wohnung. Ja. Bin ich froh, dass dir alles durch ist, Alter. Bin ich froh, dass dir alles durch ist, Alter. Bin ich froh, dass dir alles durch ist, Alter. Bin ich froh, dass dir alles durch ist, Alter. Bin ich froh, dass dir alles durch ist, Alter. Ich werde dann noch vielleicht für die neue Wohnung einen neuen Schlafzimmerschrank holen. Den jetzigen versuche ich entweder hier zu lassen oder dann wird er entsorgt, keine Ahnung. Ja, weg damit. Hausmittelviecher. Aber da wird schon drei Umzüge mit und einen vierten überlebt er, glaube ich nicht. Ja, es ist auch manchmal einfach Zeit für was Neues. Das fühlt sich ja noch einfach gut an. Ja, definitiv, ne. Muss ich mal gucken, vielleicht hab ich ja Glück und der nimmt das. Vielleicht zählt aus 40 oder 45 Quadratmetern in 70 bis 80, einer saß halt. Bleibst du im selben Dorf oder was, da in Timbuktu? Ich bleib in der selben Stadt, ja. Ah, okay. Ich bin auch halt Küche separat, das war mir auch ganz wichtig, weil jetzt hab ich ja hier so eine offene Küche. Wohnküche? Mhm. Und das find ich halt auch nicht geil. Du kochst hier drin, ne. Ich hab zwar eine Dunstabzugshaube drin, aber nicht nach außen, sondern nur mit Filter halt, ne. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Burger mache, dann koche ich hier und ein, zwei Tage später komm ich in die Wohnung und denke, ich bin in der Frittenmude, ne. Ja, krass. Also das hab ich gar nicht. Wir haben auch offene Küche und wenn wir kochen, dann das direkt raus. Sonst. Aber die haben ja auch so krasse Umluftanlagen. Ja, aber die haben ja eine Dunstabzugshaube nach außen. Ja, ne. Ja, nicht nur das. Wir haben auch so eine Frisch, ich weiß nicht wie man das nennt, also das ist quasi Frischluftanlage oder sowas. Da kommt halt frische Luft von draußen eigentlich die ganze Zeit rein, aber das ist halt auf Zimmertemperatur gebracht. Mhm. Und dann zieht er die ganze Zeit durch. Ja gut, das ist natürlich gut, ne. Ja. Das hab ich halt auch in ner neuen und dann hab ich auch noch Balkon, das war mir auch wichtig. Nice. Und das Wohnzimmer, ne. Ey Alex, hier noch die 50, brother. Kuss geht raus. Ich würd sagen, das Wohnzimmer ist fast von ner Größe her so groß wie mein... Hast du da ein separates Gaming-Zimmer? Ja, ja. Also ich hab hier drei Räume, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer und dann halt ein Streaming- und Homeoffice-Raum. Ah, okay. Und das kann ich dann halt auch absetzen, ne, wenn ich halt dann Homeoffice mache, ne. Ja, wollte ich grad sagen, also auch wenn du dein Business anmeldest, kannst du auch in einen Raum, die entweder Quadratmeterzahl oder die Raumzahl, ey, statt mal spiel, oder? Äh, die Raumzahl abrechnen als, äh, Ausgaben, weil du ja in dem Raum nichts anderes machst, außer arbeiten oder streamen. Ja, ja. Definitiv so. Nicht schrauben, aber eigentlich, ich geh noch eine rauchen. Ich wollte erstmal kurz mit dem Essen schnappen. Ja, ist gut. Ich geh wieder in 10 Sekunden eine rauchen geh. Hahaha. Ich geh auch auf zur Letzt. Ja, die Ds. Bis gleich, die Ds. Bis gleich. Oooooooooooooooohhhhhhhhhh. So. Hallo? 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 Ey, Lotzie. Ja? Ich hab nochmal überlegt, ne, mit dem Turnier und der... Gamescom und so. Ja. Ich hab mir ein Auto gemietet. Einmal, dass du das schonmal weißt. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall nicht abholen oder so. Okay. Weil ich muss sowieso immer Düsseldorf und Köln und hast du nicht gesehen. Und ich glaub, das ist für meine Mom auch einfacher, wenn die mich nicht rumkutschieren muss und so. Die ist so voll unsicher beim Autofahren. Ähm. Mhm. Und es kann sein, dass ich dann, äh, beim Pitta, vom Pitta ausstreame. Ja, das geht auch natürlich. Weil, weil der halt auch näher an Düsseldorf und allem dran ist. Ja. Das ist ein bisschen chilliger. Aber ich sag dir nochmal Bescheid. Ja, mach das mal ansonsten. Ich hab nämlich überlegt. Also, äh, was mir eingefallen ist, hätte ich so einen Freitag abgeholt. Ja. Ja. Und da hätten wir einfach deutlich... Ja. 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 Kannst dir ja nochmal überlegen. Ja. Ja, ey, Michael. Vielen Dank für die 69. Alter. Oh, Katze. Ja. Können wir machen. Ja. Ja, wie gesagt. Also, das Auto ist gemietet und alles. Ich sag dir nochmal Bescheid. Äh, was den genauen Plan angeht. Aber, ein bestes Angebot. Ja. Ja. Kriegen wir schon auf jeden Fall. Guck, können wir ja gucken, ob der beim Olli noch eine Runde grillen hat. Der hat gefragt gehabt. Mit dem willst du dich treffen? Ich sag grad bei diesem Chat. Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Leander, grüß dich, mein lieber alles Hit. Schön, dass du vorbeischaust. Ey, Benny, kommst du auch, oder was? Bist du auch in der Gegend? Du kommst vorbei. Mensch, das explodiert hier ja alles. Das ist ja... Nimm mal diese aggressiven Gewaltspiele online. Ja. Geht gar nicht. Und dann mit Menschen töten und sowas, ne? Wirklich. Ihr seid alle Terroristen. Alle seid ihr Terroristen. Wirklich. Das stiftet nur... Das macht das Töten leichter. Das stiftet nur an. Ja, ich glaub auch. Deswegen hab ich mir jetzt auch noch eine sehr privaste Waffe gekauft. Einfach wegen dem Spiel. Ja. Ja, ich auch. Ich hab auch schon mehrere. Ich bin ja schon weg. Ja, komm. Geh bloß, ey. Geh bloß, Bruder. Aber geh mit Gott! Aber ich hab... Ich geh mit dem Self. Weißt du? Wenn dann richtig. Besser ist. Der hat das Flugzeug genommen. Ah, der Bounty ist rübergedüst, by the way. Sollen wir haus? Hm. Da ist bestimmt noch was drin. Hier mal im Bunker. Ich hab ne Bunkerkarte. Ja, hol dir mal im Bunker. Mit ner Bunkerkarte. In rot. In rot. In rot. Gelb. Geflogen. Aber das ist bestimmt das Flugzeug, was hier auch grad lang geflogen ist. Da ist wieder zu euch geflogen. Enemy UAV active! Ich geh mal in Fliegerring in Lodi, ne? Das ist bestimmt beim Stadleder. Nimm mich mit. Nee. Davon halte ich jetzt nicht so viel, Martin. Nimm mich mit, hab ich gesagt! Alter, hat er das Ding abgebremst, ey. Junge. Der, der ist mein Anker geschmissen. Aussteigen, Martin. Aussteigen. Unter uns am Regner. Hast du's gesehen? Ist da einer schon aufm Lodi? Seh's nicht. Seh's auch nicht. Aber unter uns war glaub ich was. Ich flieg mal ran da ans Lodi. Und dann bring ich dir ein Heli und dann kannst du da auch angehen. Ich geh da jetzt mit dir runter. Da ist auch nur ein Lodi, ne? Ja, moin. Sponti ist bei mir. Ja, 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 ja. Wir kommen mit Heli. Wir kommen. Einsatztuch kommt. Martin, hast du ne Kugel getroffen, eigentlich? Ja, ja. Du hörst also aus, als wenn du so gegen den Wind schießt. Aussteigen, aussteigen. Ich hab mir die Beine gebrochen. Das ist nicht dein Ernst. Nö, aber ich hab ihn nicht gesehen. Der hat mich aus Timbuktu angeschossen. Alter. Geht hier ab, Digga. Hallo. Holy shit, was denn hier passiert auf einmal? Also, ich krieg hier gleich... Ey Sebastian, vielen, vielen Dank für die 500 Sterne. Yannick, vielen Dank für die 100. Alex, vielen Dank für die 50. Georg, vielen Dank für die 200. Hä? Was denn hier passiert? Wir haben sogar eine Sterne-Party am Start. Ich fass es nicht. Bei uns zwei Stück. Wo kabelt er schon wieder rum? Ach, Mann, Alter, weil du nicht Slide canceln kannst in diesem Wasser. Es ist so gottlos. Der war noch schlecht. Einer Knog, einer One-Shot. Die hast du jetzt einen Loading gefunden? Ne, ich hab grad eins geholt. Achtung, wir sind hier noch. Ja, die waren hier unten drin. Die waren aber wirklich nicht gut. Ne, ne, hier, hier, hier. Komm, noch ein neues Team rein. Ja. Ja, die gucken auf mich. Ich sehe sie nicht. Doch, ich sehe ihn. Down. Lustig. Ja, wer guckt denn mich hier alles an? Hier hinter. Was ist das? Kann ich auf einen Loot runter gehen? Ja. Ich möchte gerade ziehen. Unten liegt auch noch auffüllenden Bunker, wenn es sich noch niemand geholt hat. Oh, jetzt die beide spawnt. Das ist so zum Kreupfen. Ja, ich stehe da einfach. Ist noch einer? Ah, der ist in der Luft. Ja. Fliegt, fliegt, fliegt. Ja, der fliegt, der fliegt. Na, jetzt jeder schon an einem Lodi dran. Ich war dran, ja. Und dann geh ich nicht dran. Doch. Das ist sowieso sehr am Rand. Da war noch ein vollen theoretisch. Ich geh jetzt da dran. Ich geh da jetzt dran. Das ist. Das ist nice! Für jeden von euch liegt ne Drohne hier. Ich brauch ein bisschen Stummel. Jungs, die haben null Schuss. ich habe mir 60 schuss da hingetraubt ich ziehe mein uav nehme ich erst frank mit jansen grüß dich moin matzer es geht ab lincoln ja ich fliege kein problem jemand hier hinteren ich muss noch nicht bei lauten wo sind die bei mir bei mir drin ja weiß ich ich bin bestimmt vorgemacht mach mal uav an ach haben wir nicht mehr da ist noch einer vor dir stacking sagt er da muss noch einer sein oder das war kein team da habe ich scheiße am schul die runde ja nicht nur du und er mir kommt das legt die gelder sonst sehe ich hier nix hier hinten dreier team unseren lodi bei mir oben drauf ist das voll team martin weiß ich richtig voll team mit hdrs da sehe ich mich ja ne aber wo ist der einzelne der hier gelaufen ist ich weiß nicht ob wir den bei dir geholt haben also ich habe bei dir niemanden geholt nein ich meine die bei euch oben drauf zwei ja zwei leute die sind alle wieder ab oder ja kann gut sein ja 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 ich glaube die sind alle wieder ab oder der dritte hat gute hitz team auf dem rest das ist zudem von dir auch noch die Okay, dann wird der wahrscheinlich in meine Richtung gemoog sein. Nee, der steht immer noch da. Ich kann eine Drohne holen. Ja, hier. Okay. Komm jetzt rein, Lozzi. Ja, das gibt's doch gar nicht. Komm jetzt rein, Lozzi. Ja, ich bin drin. Okay, die Landschaft woanders an der gibt's doch gar nicht. Hier. Ossi, Rattenköpfe geholt. Die hatten nichts mehr. Komm mal rein. That's my seat. Soll ich anmachen? Ja, mach an. Ich, ich crash den Heli. Ich blind, Alter. Wo ist der? Der 70. Wie voll oder low ist der? Nicht so hart. Nicht so fort. Nicht so. Schildbrake. Da geht's richtig runter. Da geht's richtig runter. Grün. Wir müssen hier hochdroppen, glaub ich. Ja, grün, ne? Orange, würd ich hochdroppen. Ja, oder auf grün. Lass es auf grün. Hotdrop, geh mit. Mein Gott, sind Deutsche. Achtung. Ich lande bei mir auf der Tanker. Ehhh. 2 Stück da. Auf retten. Oh, mein Gott. Oder? Haben wir denn eine Drohne? Ähhh. Ist nicht. Sorry, sorry. Am Auto, am Auto. Drohne, ja, hab eine. Am Auto. Hast du die Drohne? Mach ran die Glocke. Mach ran die Drohne. Hey, Servus Fabrik, du bist nicht weggelaufen, ist so. Drei Leute, ne, pass auf. Der ist da. Einer Nock. Den habe ich dir geschenkt, ne, wirklich. Der andere war hier. Also wer auch immer den einen da angepustet hat, kein Problem. Weiß ich jetzt nicht, wer das war, weiß ich jetzt ja nicht. Geil. Meine Güte, ey, wirklich einmal angehaucht, so. Und der ist einfach umgefallen. Ja, aber ganz ehrlich, warst du das nicht in dem Restaurant, Martin? Wo? In dem Restaurant gerade hier, bei einer Tankstelle? Ja. Ja, richtig krass. Ja, richtig krass. Ja, obendrauf hier. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, hier. Killbreak. Danke. Ich gehe zur Sippy und pushe die im Turm. Ja, mach mal. Ohne haben wir nicht mehr, ne? Doch, ich habe eine. Kannst du hier anmachen, nicht, dass ich an einer Sippy gescheppert werde hier? Ja. Ist an. Ich gehe so zum Turm. Die sind unten. Ne, einer ist oben. Ne, einer ist oben drauf. Ja, bei mir hier ist noch mehr. Also hier ist ja alles voll. Wo ist alles voll? Wo? Ja, unten hier. Hier ist auch nochmal. Ja, ja. Ja, ja, Team. Ah, der Geist bin tot. Ist oben im Fenster. Der ist nicht ganz oben auf dem Turm. Gas ist closing in. 2 Teams. Ja, Jan ist mein Lieber. Vielen Dank für neun Monate. Sup, brother. Krus geht raus. Tja, ich sehe die Gegner einfach nicht. Das ist so geisteskrank, Alter. Ich wollte nur hierbei. Schnellen habe ich. Ja, der landet hier wieder. Pass auf mich. Ich fight hier den Big & Bounty, to be honest. Yes. Dass ich kein Fenster habe, Alter. Wo ich mal rauskommen kann. Ich bin schon dabei hier. Ja, da oben auf der Sippy. Pass auf jeden Fall auf, Flo. Auf dem Staff von dir ist jetzt ein Full 3er Team. Von unten reingekommen. Oh. Nice. Ja, kannst du nochmal zurückkommen mit Sippy? Ja, ja. Ich komme. Direkt wieder. Ich gehe erstmal in den Turm. Da hatte ich einen gescheppert. Ja. Nein. Nein. Da ist schon keinem. also links unten ist dann noch vor mir wirken band ja nichts mehr nein bruder weil die einfach zu dritt spielen ja die chillen halt die einfach um das horst zu dritt weißt du das ist der biggang ja genau spielen alle den selben skin vor stich richtig finde ich den durch das ist genau hier das war ja unglücklich hier ist wieder ein dreißigen rauf danke dir hat er rechts ist ja noch alles los aber gleich auf der brücke kosten team unter der brücke alles vorhältst du ich geh hin es so hin ja der gab es klar kannst du nicht hoch ich hab ein cluster die müssen alle runter jetzt ja mach mal mach mal keiner von den dauer noch eine raus lkw kommt der spielst du hast bei mir gegner einer draußen mittleres stockwerk und einer hier oben bei mir wichtig ich hab ein rest für dich drin ich hab nichts gebracht dass das drauf hier hinter sitzt einer ich kann halt nicht fliegen weil da ein team sitzt die campen das so richtig hart das letzte team die kennt mal in dem einen haus ich glaube untenrum ich schau vor dem ich mache ich habe schon gefühlt auch nicht ein tod nice gg's let's go jesse who's streaming 14 hours i've been on for an hour ja gg hey ankatrin grösses yo matt what's up die komplette knosses also ich sage euch das ist die boys die da am ende überlebt dann das waren die absoluten oberknosses das habe ich schon gesehen als ich hab's noch mal umfiel das habe ich schon gesehen als ich hab's noch mal umfiel